Ein Mumpeln habe ich schon. Und ein paar Bauzellen habe ich auch. Die nehme ich mir dann auch gleich mit. Denn die Schiffsproduktion ist ja nie ganz billig. Registriere neues Fahrzeug. Juhu, juhu, juhu. So, ich hoffe, das bringt was. Genau, die könnte ich noch ein bisschen schröpfen. So. Die haben keine Werkzeuge, oder? Zum Aufbauen. Ne, hörten sie. Die haben keinen Baustopp. Perfekt. Dich reiße ich weg. Den Strom brauche ich nicht mehr, diese Mengen. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Ja, ist schon klar, wenn man ein Atomkraftwerk wegreißt, dass hier natürlich die Ökobilanz ein bisschen höher steigt. So. Fahrzeug fertiggestellt. Perfekt. Ah, die kann ich immer noch nicht produzieren. Ach ja, hier hatte ich ja die Probleme, dass hier nichts abgeholt wird. Besterwegen muss ich jetzt hier. Hier, 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 irgendwo. So. Dann dürfte das jetzt hinhauen, hier. Zack, zack, zack. Dann haben wir hier ein super ausgebautes Gebäude. Und das hier dürfte auch wieder funktionieren. Fahrzeug fertiggestellt. Ja, es geht ja voran. So, hier ist das Schiff endlich angekommen. Hier produziere ich ja keine Munition. Nö. So, dann nehme ich das hier mit. Vielen Dank. Hm. Ich könnte hier mal ein bisschen mehr Stahl produzieren. So, was bist du? Eine Eisenmine. Eisen, Eisen. Nee, Kohlemine, Eisenmine. Eisenmine. So. Nee. Oder? Du machst hier Pause. Und, äh. Ich verarbeite gar nicht so schnell das ganze Eisen hier. Wie das ich's bräuchte. Und guck mal, ob ich, was fehlt mir denn hier? Werkzeuge. Dann kann ich ja das wegreißen und das wegreißen. Dann dürften die Werkzeuge reichen. Was ich noch so ein Ding hier hinpflanze. Und ich wollte ja hier... Produktionsstillstand. Hier sowas auch mitnehmen. Produktionsstillstand. Wo denn bitte? So, hier. Drücken. So, hier. Was bist du? Wo bist du? Ach so, Kohle. Neues Fahrzeug. So. Jetzt haben wir ein paar neue Fahrzeuge. Das ist toll. Wir haben schon eine kleine Armada. Ist schön, ist schön. Meine Bauzellen werden hier immer noch nicht richtig produziert. Wieso auch immer. Wieso auch im Meer. So, dann mach ich hier halt hinten noch ne... Noch so ne Produktion auf. Damit ich noch ein paar Bauzellen habe. So. Eins. Zwo. Drei. Vier. Ach ja, hier dürfte ich auch aufmachen, weil sonst hilft mir... Ist alles nix. Ach so. 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 Und. So. Und scheiße. So. Und natürlich brauche ich... Zwei von diesen Gebäuden. Dann baue ich hier lieber mal aus. Zweimal. Was hier auch nix ins Stocken gerät. Er greift hier mein Schiff schon wieder an. Fahrzeug unter Beschuss. So, dann verlagere ich mal meine Flotte ein bisschen. Aber nur minimal. Wie kann ich helfen? Äh, dich wollte ich eigentlich nicht erwischen. So. Spiel gespeichert. Und hier baue ich mir noch schnell ein Reparatur-Dock her. So. Reparatur-Dock. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt hier. Also ich hier mal die Fronten kläre. Was hier jetzt Sache ist. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Gleich ist der erste U-Boot versenkt. Versenkt es sich gern. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Nur noch ein U-Boot. Hat sich die Sache erledigt. So. Wenige sind angekratzt. Dich bringe ich mal kurz ans Reparatur-Dock. Ist ja nie verkehrt. Wim will, dass ich jemand nach dem Rechten sehe. Äh, huch. Wo ist denn mein Schiff? Hier ist es ja. Haben wir jetzt genug? Nö, Glas brauche ich noch. So. Das nehmen wir mit. Ein paar Werkzeuge auch. Und natürlich Munition. So. Und hier runter bitte. Danke. Mit Fisch schaut es wieder schlecht aus. Ich muss hier mal die Handelsroute kurz überarbeiten. Die drei natürlich. Und Fisch einladen. Bitte 21 Tonnen. Schließen. Und ihr könnt es ja mit den 21 Tonnen, oder? Ja. Das geht leicht. Und dann kann ich hier auch bald wieder produzieren. Ach ja, ich wollte auf meine erste Insel wieder gucken. Ich wollte ja. Was haben wir hier im Produktionsstopp? Setz mal dich mal im Produkt... Nee, darf ich nicht. Darf ich nicht. Ganz vergessen, dass ich das nicht darf. So. Das Schiff ist angekommen. Dann laden wir mal runter ab. So. Zwei von denen. Und zwei Viper bitte. Den kann ich nicht mehr produzieren. So. Dich stelle ich mal hier hin. Egal, was ich jetzt hier noch auf Lager habe. Oh, Munition wäre auch hier. Und Stahl. Muss ich mir sofort abholen. Denn das wäre wichtig. So. Komm her hier. Was ist mit dir los? Ach so, überfangt. Äh, nee. Nicht überfangt. Zu wenig. Nahrung ist zu 50%. Und Getränke jetzt nicht so gut. So. Ich habe zum Glück immer noch 80.000. Fahrzeug fertiggestellt. So. Für den habe ich zu wenig Munition. Aber die produziere ich ja hier munter. Lieber lasse ich mir hier jetzt Zeit. Bevor das ich hier jetzt irgendwas überhaste. Ich will ja doch noch mal Dingens produzieren, ne? Ähm... Was war denn das? Das Ding. 150 Forscher. Ach, ich habe zu wenig Grunddinger oder was? Laut meiner Analyse sind die Rahmenbedingungen in dieser Stadt weder gut noch schlecht. Ich muss hier ein paar Wohnhäuser abreißen. Ich muss hier ein paar Wohnhäuser abreißen. Was hier die Nahrung reicht. So, dann nehme ich das noch mit. Und ein bisschen Fisch für unten. Achtung. Produktionsstillstand. So. Dann sind die ja da unten auch mal wieder glücklich. So, und wo ich sehe, schon wieder Produktionsstillstand. Carbonfabrik. Kein Wunder, du bist voll. So. Du machst aus Kohle und Erdöl machst du Carbon. Toll. Gehen wir hier noch mal ein bisschen auf hier. Das gibt es noch nicht. Ja, dann bauen wir den hier. Forschen bitte, danke. Fahrzeug fertiggestellt. Und du kommst hier mit und hilfst hier. So. Was ist denn das für eine... Hm, komische Ding. So. Du fährst noch mal zum Reparieren. Du kommst zurück. So. Technologie finalisiert. Okay. Der versenkt mir das Schiff. Fahrzeug im Kampf zerstört. Arschloch. Äh, huch. Zu wenig Bauzellen. Na, super. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Äh. Äh. Produziert er wieder nicht. Ist ja auch super. Ach so, und. Naja, gut. Das kriegt er klein. So. Jetzt hole ich mir... Weil ich scheinbar schon wieder keine Schiffe mehr produzieren kann. hole ich mir das da unten. Hier. Drei kommt her. Fährt auch noch hier dazu. So. Und dann mache ich ihm als erstes mal wieder die Ding platt. Die Schiffswerft. Und dann muss ich gucken, dass ich ihm die Flughäfen platt mache. Ah, die Kohle nimmt hier schon wieder ganz schön ab hier. So, Items. So. So, jetzt muss ich warten, bis der hier nachkommt. So, zoome ich noch ein Stück raus. Ist hier jetzt alles beisammen. Nee, hier habe ich noch ein Kriegsschiff. Das gabel ich hier auf. Und noch irgendwo.